Mein Name ist Dirk Bernemann und ab dem 7.10.2011 gibt es mein neues Buch Trisomie, so ich dir. Es ist eine Abhandlung über die Behinderung unserer Gesellschaft. Es geht um drei zufällige Existenzen, deren Leben wie Wassertropfen an einer Windschutzscheibe kollidieren und die aufs brutalstmögliche zusammenfließen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Buch kaufen würdet. Vielen Dank.